Hallo, ich bin Nils Wogramm, ich bin Pusanist und trete dieses Jahr zweimal beim Elb Jazz Festival auf, worauf ich mich schon sehr freue. Einmal im Duo mit dem russischen Pianisten Simon Nabatov. Wir spielen Eigenkompositionen, die inspiriert sind durch Jazz, neue Musik und brasilianische Einflüsse. Und der zweite Auftritt ist mit der Big Band der Musikhochschule Hamburg. Wir spielen ein Programm, was ich mal komponiert habe und arrangiert habe für die NDR Big Band. Und ich freue mich, euch dann zu sehen.